Radio für den ganzen Norden NDR 2 Radio für den ganzen Norden NDR 2 Happy Weekend NDR 2 Guten Morgen, Norden NDR 2 Ein Sender, alle hier NDR 2 Schönes Wochenende NDR 2 Guten Morgen, mit dem neuen Morgen NDR 2 Guten Morgen, Norden NDR 2 Frühling für den ganzen Norden NDR 2 Ab ins Wochenende NDR 2 Guten Morgen für den ganzen Norden NDR 2 Schönes Wochenende NDR 2 NDR 2 Guten Morgen, Norden NDR 2 NDR 2 NDR 2 NDR 2 Happy, happy weekend Das Wetter im ganzen Norden, die Meldungen von 14 Uhr. Der Brocken erlebt Schneefall bei minus 1 Grad. Göttingen Regen plus 8, Braunschweig bedeckt plus 7. Hannover stark bewölkt 8 und Osnabrück Regen 8 Grad. Lingen Regen 9 Grad, Oldenburg Regen 8 Grad. Norderney Regenschauer 10, Bremen Regen 9 Grad. Stark bewölkt der Himmel über Hamburg 8 Grad, Flensburg leicht bewölktes Firmament 4 Grad. Husum wolkig 5, Kiel stark bewölkt 5, Lübeck stark bewölkt 5 Grad. Schwerin bedeckt 3 Grad, Rostock Regen bei 2 Grad. In Akona auf Rügen stark bewölkt 4 Grad, Greifswald Regen 1 Grad. Und Neubrandenburg Schneefall ein mickriges Grad. MDR 2, der einzige Verkehrsservice für den ganzen Norden. A1 Hamburg Richtung Bremen, Sperrung zwischen Posthausen und Bremer Kreuz, mehrere Kilometer Stau. Umleitung ab Posthausen, die U26 und U28 bis Bremer Kreuz. A2 Hannover Richtung Berlin, zwischen Königslutter und Helmstedt 2 Kilometer. A7 Flensburg Richtung Hamburg, zwischen Hamburg-Schnelsen und Stellingen 3 Kilometer stockend. Hamburg B4 Amsingstraße stockender Verkehr, die Ost-West-Straße ist bis Montag früh gesperrt. A2 Hannover Richtung Berlin, zwischen Königslutter und Helmstedt 2 Kilometer. MDR 2 MDR 2 MDR 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020